Ok, ja, jetzt haben wir. Blechsmock, Digga! Wir unboxen jetzt unsere EP. Und zwar ist die hier drin als Kassette. Gebt euch böse Beats und Reime. Bam, da ist das gute Teil, Digga. Checkt das aus und checkt das aus. Dann checkt auch das noch aus. Das ist die Beats und Reime EP. 2017, gleich morgen. Die am 29.10. rauskommt. Bis morgen. Bis morgen. Also, von heute aus gesehen. Wenn ihr das Video im Morgen anschaut, dann ist es... Hier, machen wir noch eine rein. So, wir hören das jetzt mal an zur Probeweise, damit ihr einen Eindruck von der überragenden Qualität dieser Kassetten bekommt. Achso, wenn das hören wird, brauchen wir einen Präsent-Rekorder. Sorry, aber... Ist halt so. Gibt es als App für... Kassetten-Rekorder. So. Bist du ready? Ich bin ready. Ich bin ready und erkältet. Ich bin ready. Ich bin ready. Nicht zu viel, nicht zu viel. Gönnt euch die EP, morgen kommt sie raus, online. Einen haben wir schon kaputt gemacht. Hast du einen kaputt gemacht? Scheiße, war ich das? Shit. Riesenzeit, Alter. Moin, kommt sie raus, ihr könnt sie online anhören. Also ihr wisst kein Scheiß, du hast es kaputt gemacht. Du hast kaputt gemacht. Auf jeden Fall kommt sie morgen raus und viel Spaß. Und wir sehen uns auf unserem Prozess, in der wir live haben sie ist. Ja und ihr könnt es dann auch bei euch holen, diese Kassetten. Viel Spaß. Habt ihr euch gedacht? Ja. 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 Ja.